Die Lichterzeit, nun fängt sie an, Lichter in der Dunkelheit, alle Fenster in der Stadt leuchten hell zur Schlafenszeit. Von guten Mächten uns gesandt, fällt in jedes Haus ein Stern, Friedenssterne sanft wie Schnee, Frieden soll sein nah und fern. Ein Traum, der alle Menschen eint, ein Traum, der doch so einfach scheint. Wir zünden an ein Kerzenlicht, die Sprache, die ein jeder spricht. Na, ihr beiden Waldnamen-Inhaber, malt ihr schön Wunschzettel? Aga Knack, die wilde Traumlaus. Willst du schon wieder zappzerab ein Blatt isst ab, Traumblätter-Klaun? Lass ja die Traumblätter in Ruhe. Ich freue mich auch, euch zu sehen. Wuffelchen, hallo. Hallo. Und das ist mein Waldwuffel. Den lässt du auch in Ruhe. Und das ist mein Waldwuffel. Aber Mutzelchen, Agi will doch nur mit uns Wunschzettel malen. Genau. Und ich weiß auch schon, was ich mir wünsche. Einen Petticoat? Dann kann ich mit dem Weihnachtsmann Rock'n'Roll tanzen. Kannst du knicken. Wer was zu Weihnachten haben will, muss eine gute Tat vollbringen. Was? Ach, Herrje. Eine gute Tat. Was denn für eine? Zum Beispiel, keine Traumblätter stehlen, sondern sie putzen. Wie wir, stimmt's, Wuffel? Na, ihr könnt ja dabei in alle Geschichten Lieder Traumblätter hineinsehen. Und ich und ich und ich, ich nicht. Weil du Löcher hineinfrisst. Wie, wie, wie ein Bücherwurm. Weil du eine Zapzerapse bist. Moos, Mutzel, Aga, immer müsst ihr streiten. Aber sie hat angefangen, Traumzauberbaum. Dabei, dabei hab ich ihr ein Traumblatt mitgebracht. Ich hab's gefunden. Das war runtergefallen und ist beinahe zerbrochen. Ich hab's gerettet. Eine gute Tat war das. Ja, ja, ja. Gefunden. Oh, gefunden. Mh, geklaut. Na und? Jetzt ist es deins. Aga, knack die wilde Traumlaus. Ja, so ist sie. Stimm das Blatt ruhig an, Moos, Mutzel. Hier ist die Stimmgabel. Ha, das ist vielleicht ein lustiges Traumblatt. Da sind ja fünf Adventslichter drauf. Na ja, darfst auch mit Wunschzettel malen, Agi. Wir warten nämlich auf Helga Himmel, den himmlischen Weihnachtsboten. Ach, na dann ist der komische Sausesputnik mit den Flatterflügeln bestimmt Helga Himmel. Sie ist schon in der Umlaufbahn. Was ist denn nun mit dem Traumblatt, Moos, Mutzel? Ich lasse es fliegen.